So, dann wollen wir mal Spongebob mal einen Besuch abstatten, im Bikini-Bottom. Ne, das ist ein neues Spiel, Pingolove. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! What the fuck? It was a normal day in Underwellsup City. You were hungry and wanted a human patty, so you decided to go to the crunchy cans restaurant. Okay, we have also hunger after a human meat, or, yeah. Dude, what the fuck is that? How cool is that? Ach, du Scheiße. Order here, da sollen wir bestellen, aber ich will mich erst mal umgucken. What the fuck? Get away from me. Geh weg von mir. Alter, was ist das? Na gut, dann bestellen wir mal einen menschlichen Burger. Welcome to the Crunchy Can's Restaurant. What can I get you? Oh mein Gott, Alter. Es gibt nur human patty. Ja, dann. A human patty. Um, I would like a human patty, please. Find a seat, I'll tell you when it's ready. Also sollen wir uns jetzt einen Platz suchen? Und er wird uns dann aufrufen, wenn es fertig ist. Ja, dann setzen wir uns mal hier hin. Oder kann man sich woanders ansetzen? Natürlich nicht. What the fuck? Ist das Patrick? What the fuck? Was ist denn mit dem da los? Yo, geht's dir gut, man? Oh, this guy went to sleep in the ketchup. It seems fun. I should probably try that later. Er ist einfach auf seiner... Oh mein Gott, okay. Ah, gut. So, ist unser Burger fertig? Ist mein human patty ready? Es ist almost done. Aber wir haben aus patty, so es muss länger dauern. Okay, es gibt also kein menschliches Fleisch mehr. Also dauert es ein bisschen länger. Ist da eine Möglichkeit, es zu speeden? Gibt es eine Möglichkeit, das zu beschleunigen? You can go to the warehouse and get some patties. Okay. Also sollen wir Fleisch holen? Be careful, it's dark down there. Sei vorsichtig, es ist dunkel dort. Unten. And whatever you do, do not go to the room at the end of the corridor. Egal was du tust, geh nichts bis zum Ende des corridors. Okay. Ah, da. Dann gehen wir mal unser Fleisch holen. Ey, alles klar. Gut, also gehen wir jetzt unser Fleisch besorgen. Nur weil wir jetzt einen Burger essen möchten. SpongeBob, ja. What the fuck? Abgeschlossen. Ah, ah, da ist das Fleisch. Alter, das sind... Das ist menschliches Fleisch. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Also da gehe ich definitiv nicht lang, Mann. Alles klar, Daniela. Hat er keine Mitarbeiter, wo er, ähm, die beauftragen kann, Fleisch zu holen? Was denn? Okay. Was ist das? So macht man Geld, ja. Oh, you actually managed to get a pedi from the cursed warehouse. Good job. Now go inside the kitchen and put it on the grill. Also soll ich jetzt meinen eigenen Burger machen, oder wie? The kitchen is in the first door on your right side. Ey, das ist unmöglich. Was ist das für ein Restaurant? Also wirklich. It's not ready yet. I have to wait more. Okay. Ding! Ey, ich will mein Fleisch! Ah. Didi! Willst Burger kaufen und essen und zack, alles selber machen? Ich glaube, Patrick, jetzt wirklich nicht gut. Der Trick, alles okay? Okay. Ja, dann... Sit down and enjoy your human patty. Ja, dann setzen wir uns hin und genießen dann unseren Burger, ne? Eat to eat. Das soll Patrick sein, ja. Okay, das Essen schmeckt uns nicht. Ich will mich beschweren. Das muss ein Fehler sein. Ich habe nur einen einfachen, menschlichen Burger bestellt. Ich habe nur 35 Dollar statt. So, you were saying you don't have the money of the human patty with you? No, I mean, yes. I have the money at home. I can just go and get it for you right now. Ich habe das Geld nur zu Hause. Ich kann es holen und wieder zurückkommen. Mann, Patrick! So, you're saying you don't have the money for the human patty with you right now? Wieso wiederholt er sich? Ja, ich habe kein Geld. No, I told you I don't have 100 Dollar with me. Nein, ich habe ihm gesagt, ich habe nur 100 Dollar. Ach, du Scheiße. Ist das Mr. Krabs? Oh, mein Gott. What the f... Oh, mein Gott. Mein Laptop ist geflogen. Oh, mein Gott. Mein Laptop ist sowas von 10 Meter geflogen. Moment. Holy shit. Oh, mein Gott. Yo, ist das Plankton? Boah, Junge, ich habe mich so erschreckt. Das ist Plankton. Hey, are you okay? Why are you stuck in a cage? I was trying to steal the secret form. Warum bist du da im Käfig gefangen? Ich habe versucht, die geheime Formel zu stehlen. Butterfeld and Mr. Krabs put me in this cage. Ich habe versagt und Mr. Krabs hat mich da reingepackt. Okay. How did you go... Got stuck in this room? Did you try to steal the secret formula? Warum sind wir hier fest? Hast du versucht, die Formel zu stehlen? No, the human patty was too expensive and I don't have enough money to pay it back. Das Fleisch war zu teuer, deswegen hat er uns hier reingesteckt. Ich weiß, Mr. Krabs ist ein Arschloch. Egal. Ich versuche, dich hier irgendwie zu retten. Don't really try it. Mr. Krabs hat lockt this cage and swallows the key. But good luck... Oha, der hat den hier eingesperrt und den Schlüssel hat er gegessen. Scheiße. It seems like a keypad. I should find a passcode. Okay, wir können hier nicht raus, weil wir ein Code brauchen. Ja, da hat das was mit den... A box with two balls inside it. They don't seem useful. Okay, die sind unbrauchbar, die Bälle. Die Boxen sind auch unnütz. Oh, hier war was. Achso. Hä? Alter, dieser Mr. Krabs, ne? T-Y-U-I T-Y-U-I Was ist denn mit denen? Ja, 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 ja. Da hängt diese Fisch-Skelette hängend da. Warte, vielleicht kann der uns helfen. 1-2-3-4 1-2-3-4 Hier gibt es nichts. Also es gibt keine Hinweise oder so. 3 Fisch, 2 Stern, 2 Ball und 4 Kissen. Ah, okay, 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 okay. Anzahl Fische zählen, Anzahl Stern, ah, okay, aber Ja, hab ich doch 3 Fische, aber der interagiert nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich seh die Symbole jetzt auch da drauf. 1 2 2 Okay, aber wie kann ich das? Achso! Jetzt! Jetzt! Äh, 3, ne? 1 2 Äh 1, 2, 3 4 Und 2 Bälle. Jetzt muss das gehen. Ne, geht nicht. Kisten sind 5. Ah, klar, 5. Jetzt, ja. Wegen der, ähm, Kiste mit den Bällen. Okay, da ist ein toten Kopf. Ich geh da nicht rein, Mann. Ah, hier war das... Hier war das Fleisch. Oh, kann ich damit schlagen? Ne, kann ich nicht. Was ist eigentlich mit SpongeBob? Ich meine, Patrick haben wir ja gesehen. Scheiße, Alter, wir müssen da durch. Ist das Miss... Ist das Miss... Ja, warte mal, wir gehen mal ähm, Plankton befreien. Perfekt! Thank you for saving me. Danke, dass du mir, äh... Let's go and find a way out this place. Kommst du mit? Der ist ja voll süß. Ja, dann komm mit. So, komm. Klangton. Ja, leck mich am Arsch. Kannst du mit dem reden, ey? Ja, dann müssen wir ins Büro. Das ist so zum Kotzen. I have to put the tool back first. I have put... Okay. Somit ist in der richtigen Version. Komm. Das ist dieses... Das ist das Tresor... Hallo, äh, Plankton! Das ist das Tresor mit der Geheimformel. Oh mein Gott. Okay. Ich glaub, wir müssen... Ich glaub, wir müssen, ähm... Selber Code? Boah, weiß ich nicht. Ja, wir gehen mal kurz das Ding holen. Krass, geht nicht. Ja, Plankton bleibt im Hintergrund. Der weiß sicher, was passiert. 3, 2, 5, 2. 3, 2, 5, 2. 3, 2, 5, 2. Okay. 3, 2, 5, 2. 3, 2, 5, 2. Ne. Ne, 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 ne. Okay. Okay, okay. Plankton, vielleicht hat er den Code. Hier ist aber nichts. Die Buchstaben... Sind die Buchstaben identisch? Über dem Tresor? Äh, T-Y-U-I. Also, das heißt ja nur, welche Tasten ich drücken muss für den Code. T-Y-U-I. Ah, warte mal. T-Y-U-I, T-U-I. Alter, ihr seid ja richtig schlau, was das angeht. T-Y-U-I-U-I ist das gleiche. T-U-I. Es sah aus, als ob da was in der Decke war. Okay. Alter, Plankton macht mich echt nervös, ne? Hm. Wahrscheinlich nicht. Hm. Es muss auf jeden Fall irgendeine Kombination sein. Was ist hiermit? Ich kann das auf jeden Fall nicht interag... Ich kann damit nicht interagieren. Damit auch nicht. Oh! What the fuck? Oh, mein Gott! Das Ding können wir nicht nehmen. Kannst du uns nicht helfen, Plankton? Ah, hier! Guck mal, hier waren wir noch gar nicht drin. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Oh, shit. Klick das Link to get a free gift card. Nein, man. What the fuck? What the... Alter, wiss mich. Alle Passwörter. Das geht nicht. Ah, ja, gut, okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, nein. Fünf. Oh, mein Gott. Ist das deren Ernst? 508. Oh. Oh. 508. 508. 508. Alter, was ist das? Wir wurden so verarscht. Oh, mein Gott. 508. Ja, gut, okay. Ach, du Scheiße, Alter. Okay. 508. Oh, mein Gott, das ist die Geheime Formel. Wir sind hier... Oh, mein Gott. Finally, after all these years, I'm about to find out what makes the Gravy Patty taste so good. What the fuck? Holy... Holy shit. Holy shit. Oh my god. Fuck. Holy shit. What the fuck? Was ist das hier? Renn, 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 renn! Hau! Okay! Oh mein Gott, der Kopfweg ist hierhin! Spongebob! Lass mich in Ruhe, Mann! Holy shit, holy shit, holy shit! Oh mein Gott! Das ist so verstörend! Oh mein Gott, ich brauche einen Code! Ich brauche einen Code! Gott, ich brauche einen Code! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Die Sind wir tot? Was im Gottesnamen? Das ist die geheime Formel, also. Och, du Scheiße.